Bestehe die Stärkeprüfungen bei Lawish oder bei Fencing. Also solltet ihr Probleme bei dieser Aufgabe haben, geht hier auf die Aufgabe. Verfolgt jetzt die Aufgabe, dass ihr hier den Stern habt, statt das Ausrufezeichen. Bei mir hat es zumindest so funktioniert. Also aktiviert, sobald ihr dann den Auftrag verfolgt, habt hier den Timer. Wie ihr seht, steht jetzt links oben, zerstöre Gebäude, 15 Stück. Nutzt jetzt die Spitzhacke, zerstört 15 Gebäude und schon habt ihr diese Phase erledigt. Bis zum nächsten Mal.